Nun war es endlich soweit. Die zweite Staffel von Wednesday wurde angekündigt. Sollte es noch irgendeinen Zweifel gegeben haben, ob eine der momentan weltweit erfolgreichsten Serien fortgesetzt werden würde? Dem kann ich die Angst nehmen. Am 6. Januar 2023 hat Netflix offiziell bekannt gegeben, dass unsere Lieblingsaußenseiterin mit übernatürlichen Fähigkeiten in eine zweite Staffel gehen wird. Es werden also weitere Mysterien und vor allem Fragen gelöst, allen voran natürlich, wer Wednesday diese seltsamen Nachrichten schickt, was wurde aus Tyler Galpin und werden wir endlich mehr von den anderen Mitgliedern der Addams Family sehen? Also auf die letzte Frage habe ich schon direkt eine Antwort, weil die Showrunner bereits angekündigt haben, mehr von den anderen Mitgliedern zu zeigen. Die allermeisten Darsteller sollten auch wieder in der zweiten Staffel dabei sein. Allen voran natürlich die hervorragende Jenna Ortega als titelgebende Heldin Wednesday Addams. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir sollten schon Ende des Jahres mit der zweiten Staffel auf Netflix rechnen dürfen. So, was sagt ihr? Habt ihr Bock oder habt ihr Bock? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Bitte liken und abonnieren! Bis zum nächsten Mal.